Guten Tag und willkommen zu den Nachrichten. Phalon hat auf seinem YouTube-Kanal ein neues Video veröffentlicht. Daran zeigt er einige Tools, mit denen man Breaking News Builder, bekannt aus TV-Nachrichtensendungen oder Zeitungsartikel für relativ moderne Settings in Rollenspielen erstellen kann. Insbesondere was die Zeitungsartikel betrifft, handelt es sich dabei nicht um professionelle Software, sondern um Werkzeuge, die schnell und ohne Aufwand ein Ergebnis liefern. Die vorgestellten Tools sind alle kostenlos, online und ohne Folge Anmeldung nutzbar und die Links gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Unser Reporter berichtet. Und da bin ich auch schon, Phalon euer rasender Reporter und wir fangen mit ein paar Breaking News Generatoren an, wie gesagt bekannt aus TV-Nachrichtensendungen und die lassen sich auch im Rollenspiel immer ganz schön einsetzen. Zum Beispiel, wenn eure Charaktere die Straße runterlaufen, dann könnt ihr sagen, hey, da auf der rechten Seite stehen ein paar Fernseher im Schaufenster und da läuft gerade eine richtig interessante Meldung und dann gucken die vielleicht mal. Das könnt ihr dann als Plotaufhänger benutzen oder eben als Hinweis im Abenteuer. Die kreative Seite überlasse ich da ganz euch. Und natürlich könnte man das auch rein erzählerisch abhandeln, aber mit so einem Gimmick macht es vielleicht einfach noch mal mehr Spaß. Hier sehen wir jetzt, Break Your Own News, ebenso ein News Generator und hier oben, da sehen wir schon das Bild, was da generiert wird. Das passen wir jetzt natürlich noch ein bisschen an, kein Thema. So, als allererstes wollen wir natürlich eine Hintergrundgrafik für unsere News Meldung haben, das geht hier bei Your Image. Da können wir hier auf den Button klicken und dann können wir ein Foto von unserem Computer hochladen. Ich habe da schon was vorbereitet, ich wähle das also einfach aus, lade das hoch und dann wird das hier passend eingefügt. Wir sehen hier so einen kleinen Jungen im Superman Kostüm mit einem Flugzeug, das ihr gerade abschmiert und da machen wir jetzt natürlich ein paar passende Nachrichten draus. Einmal können wir die Headline, die Schlagzeile anpassen, das ist hier die ganz groß fett geschriebene, wo hier gerade steht, something went viral online. Da geben wir es mal ein, was nehmen wir mal, hat Superman einen Sohn? Das ist eine wunderbare Clickbait-Meldung würde ich sagen, da klickt jeder drauf. So, dann haben wir hier unten den Ticker, den können wir auch noch anpassen. Hier diese Uhrzeit, die können wir leider nicht anpassen, aber zur Not kann man da später dann noch mit dem Bildbearbeitungsprogramm nachhilfen. So, wir passen aber noch den Ticker an, dann geben wir mal ein, was geben wir ein? Junge im Kostüm verhindert Flugzeugabsturz. So, das ist ja ein Live-Ticker, der läuft ja normalerweise dann unten immer so lang. Wir machen da also noch ein paar weitere Nachrichten rein, die dann noch vielleicht gar nichts mit dem Abenteuer zu tun haben. Die trennen wir hier mit so zwei Plus-Zeichen vielleicht, das sieht gut aus und dann nehmen wir zum Beispiel mal Ananas-Aktien steigen wieder. So, ihr seht, das wird ja auch abgeschnitten, es ist ja aber auch ein Ticker, der hier so lang läuft, deswegen macht das nichts, das sieht ganz gut aus und dann sind wir auch schon fertig. Hier oben rechts, da haben wir noch mal den Internet-Link zu dem News-Generator hier, die fügen den einfach nochmal ein, damit das eben auch nicht mit echten News irgendwie verwechselt wird und man eben erkennen kann, hey, das sind halt wirklich keine echten News. So, wie gesagt, wir sind damit schon fertig, dann klicken wir hier auf Download, können das Ganze als Bilddatei auf unserer Festplatte speichern und dann nach Belieben einsetzen. Hier haben wir einen weiteren Breaking News-Generator, dieses Mal von Class Tools und der hat ein anderes Design und bietet uns noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten. Also, wir fangen auch hier mal direkt mit dem Hintergrundbild wieder an, auch da wollen wir natürlich wieder unser Superman-Bild rein haben, das können wir hier unten über diesen Button hier machen, können wieder ein Bild von unserer Festplatte hochladen und das Schöne ist hier schon mal, ja okay, dass wir das Bild hier noch verschieben können und noch ein bisschen besser dann die News-Meldung anpassen können. Ich will zum Beispiel den Jungen noch ein bisschen besser im Bild haben, deswegen schiebe ich das Ganze hier noch ein bisschen hoch, da sieht man noch das Flugzeug, so sieht das schon ein bisschen besser aus. So, jetzt passen wir wieder die einzelnen Elemente hier auf der News-Meldung an. Wir haben hier zum Beispiel den News-Channel, das ist hier gerade Saxon News und dann nehmen wir es mal ganz klassisch Channel 5 zum Beispiel. So, Channel 5. So, dann auch wieder hier die Headline, also die Schlagzeile, da haben wir ein bisschen mehr Platz und deswegen schreibe ich hier mal, ähm, hat Superman einen heimlichen Sohn? Fragezeichen. So, dann wieder die Beschreibung der eigentlichen News-Ticker hier unten wieder, da schreibe ich dann auch wieder rein, ähm, kleiner Junge im Kostüm verhindert Flugzeugabsturz und auch hier werden wir wieder eine zweite Meldung reinmachen. Okay, da langt es schon, mehr passt da schon gar nicht mehr rein. Gut, dann können wir hier jetzt auch ein Datum eingeben, das ist auch ganz nett, zum Beispiel hier den, weiß nicht, 2.05.2055, das passt. Und dann können wir hier auch noch einen Ort angeben, wo das passiert ist, das sehen wir hier oben, das ist gerade Hastings und da können wir es einfach mal angeben, ja, wenn man Superman sieht, wo sieht man ihn? Natürlich in Metropolis. So, ich glaube wir haben alles, das haben wir alles angepasst, dann haben wir unsere News-Meldung fertig und auch hier können wir wieder auf Download Image klicken und können dann das Ganze als Bilddatei herunterladen. Und auch hier haben wir wieder noch mal die Web-Adresse hier unten rechts von dem Tool, damit man eben sieht, dass es sich nicht um eine echte News-Meldung handelt. So, noch ein kleiner Tipp, hier oben, das sehen wir bei dem Ort Metropolis, das hängt hier sehr nahe am linken Rand, das sieht nicht so schön aus und da können wir dann vielleicht einfach hier noch ein Leerzeichen reinmachen. So, und dann passt das da auch besser rein, sieht einfach besser aus. Kommen wir zu den Generatoren für Zeitungsartikel und da haben wir hier den Newspaper Clipping Generator und der gefällt mir schon mal ganz gut, weil wir hier erstens wirklich nur den eigentlichen Zeitungsausschnitt haben, der uns interessiert und zweitens, weil das so nach einer alten Zeitung aussieht. Das heißt, wir können das zum Beispiel auch sehr schön für ein Cthulhu-Setting in den 1920ern verwenden. So, was machen wir hier? Wir können hier erstmal den Namen der Zeitung anpassen, auch wenn der Titel hier oben abgeschnitten wird, das macht nichts. Dann nehmen wir jetzt mal ganz oldschool Cthulhu's Ruf, vielleicht kennt das noch der ein oder andere. Dann können wir hier ein Datum angeben, dann nehmen wir hier mal, bleiben wir bei Sonntag, machen es aber deutsch, dann nehmen wir hier auch den 30. August und sagen für das Jahr hier 1928 mal. So, jetzt können wir hier unsere Schlagzeile, unsere Headline anpassen, das ist hier dieses hier. Da müssen wir nur aufpassen, dass es nicht zu lang wird, sonst wird der Titel abgeschnitten. Wir sehen hier in diesem Zeitungsausschnitt immer maximal zwei Spalten, zwei Textspalten, da können wir uns daran orientieren. Hier bei dem aktuellen Titel haben wir also die maximale Länge fast schon ausgereizt. So, wir schreiben da mal was Cthulhu-mäßiges rein. Tentakel aus der Toilette. So, hier können wir jetzt unseren eigentlichen Artikel verfassen, da habe ich natürlich schon was vorbereitet, das füge ich einfach per Copy und Paste ein. So, und dann gehe ich hier auf Generate und dann wird die Zeitung erstellt. Hier oben haben wir also unseren Titel Cthulhu's Ruf, wie gesagt, der wird hier abgeschnitten. Dann hier haben wir unser Datum Sonntag 30. August 1928, hier die Überschrift und hier dann der eigentliche Artikel. Und das ist auch schon so ziemlich die Maximallänge, die ein Artikel haben darf. Alles was länger ist, wird dann auch abgeschnitten, es gibt also eine maximale Zeichenbegrenzung. So, wir haben das hier aber fertig, können dann hier wieder auf Download Your Image gehen, da draufklicken und können das dann wieder als Bilddatei herunterladen. Dann haben wir den Funny Newspaper Generator. Wir sehen hier schon mal so einen Ausschnitt, was der ungefähr erstellt, der erstellt uns nämlich gleich eine ganze Zeitungsseite. Den gibt es in zwei Varianten, der einfachen Variante und der Premium Variante. Bei der Premium Variante können wir gleich mehrere Artikel unterbringen und können auch zum Beispiel das Datum noch ändern, allerdings kostet die Geld und deswegen begnügen wir uns hier mit der einfachen Variante. So, wir schauen uns das mal an, hier unten können wir dann unsere Eintragung machen, wir können hier wieder den Namen der Zeitung festlegen. Wir nehmen mal wieder Cthulhu's Ruf, so, dann können wir wieder eine Schlagzeile festlegen, nehmen wir wieder die Tentakel aus der Toilette. Halt! So, ich bin der Autor und dann können wir hier unseren Text eingeben, wir nehmen wieder unseren Tentakel Text, fügen hier auch wieder ein Bild dazu, da habe ich noch mal was neues vorbereitet. So, dann war es das auch schon, wir gehen auf Make My Newspaper und der erstellt uns jetzt hier eine PDF-Datei. Die öffnen wir jetzt gerade mal direkt, schauen uns die schon mal an, wie das dann aussieht und die können wir jetzt als Handout an unsere Spieler weitergeben. Hier haben wir also unsere Zeitung, die ersten zwei Seiten sind das dann, hier haben wir unseren Artikel, den wir hier geschrieben haben, mit dem Bild auch und das andere sind jetzt so Füllartikel. Wie gesagt, bei der Premium Variante können wir da mehrere Artikel einstellen, aber die kostet eben Geld. Etwas schade ist halt, wie gesagt, dass wir hier in der einfachen Variante auch das Datum nicht ändern können, dann nehmen wir hier immer das aktuelle Datum, das wird da eingesetzt. Das könnte man eben auch bei der Premium Variante ändern, aber wenn das nicht weiter stört, ist das hier auch ein ganz schöner Generator, den wir gut nutzen können und eben haben wir hier ein Handout als PDF. Hier haben wir den Free Newspaper Generator und der bietet uns gleich verschiedene Stile an. Wir öffnen den mal hier mit einem Klick auf diesen Button hier oben Newspaper Maker, dann öffnet der sich auch gleich so. Und das besondere hier ist, dass wir verschiedene Vorlagen haben. Wir sehen das hier, da können wir ein Template auswählen, also eine Vorlage, das ist gleich diese erste Vorlage. Dann haben wir noch diese hier zum Beispiel, dann hier die, das ist eher so ein kleiner Ausschnitt tatsächlich. Hier nochmal so eine Zeitung, eine Zeitung noch ein bisschen bunter. Hier haben wir dann ja eine Webseite quasi, in einem Tablet drin und hier haben wir dann auch noch mal eine Vorlage komplett für eine Webseite. Sieht man hier sehr schön, das ist so eine Newsseite hier. So, da könnt ihr dann auswählen, was ihr möchtet. Wir bleiben vielleicht mal oder wir gucken erstmal, was wir damit so angemein machen können. Das kommt nämlich immer drauf an. Wir sehen das zum Beispiel hier sehr schön, mal bei der ersten Vorlage. Wir sehen hier links immer, was wir anpassen können. Das ist hier einmal das Datum in dem Fall. Breaking News, das ist diese Überschrift hier. Dann diese kleinere Überschrift hier nochmal. Alison Smith turns 50. Und dann hier dieser Text. So, bei den Texten müssen wir immer aufpassen. Also allgemein bei den Überschriften auch etc. etc. Denn wir sind hier von der Zeichenanzahl nicht flexibel. Das bedeutet, wenn wir hier etwas reinschreiben, ein Text, der länger ist als das hier, dann überlappt das hier unten mit dem unteren. Das sieht dann natürlich nichts mehr aus. Wie gesagt, nicht sehr flexibel. Wir müssen da eben einfach auf die Zeichenbegrenzung achten, dass das dann auch wirklich da reinpasst. So, ansonsten gibt es hier jede Menge Werkzeuge. Ihr seht das hier oben, die ganzen Werkzeuge, dann hier nochmal, auf der Seite nochmal. Das ist alles tatsächlich ein bisschen doppelt und dreifach gemoppelt. Das sind einfach nur verschiedene Wege, um diese Werkzeuge zu bedienen. Das einzige, was wir hier eigentlich brauchen, ist immer das hier auf der linken Seite. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. So, wir wollen es jetzt mal ganz einfach halten. Wir gehen mal als Beispiel hier auf diese Zeitung. Da haben wir nämlich nicht viel, was wir machen können. Wir können hier nur das Datum ändern und können hier noch die Überschrift ändern. Die ändere ich jetzt mal. Superman's Sohn? Hier können wir dann nochmal die Textfarbe ändern, wenn wir das möchten. Ich lasse die mal jetzt hier so auf schwarz. Und dann können wir natürlich noch ein Bild hinzufügen. Das mache ich mal. Ich habe schon eins hochgeladen. Normalerweise, wenn ihr hier oben drauf klickt, da könnt ihr dann eben ein Bild hochladen. Ich habe das schon gemacht. Das wähle ich jetzt einfach aus und dann wird das hier eingefügt und dann bin ich quasi auch schon fertig bei dieser kleinen Vorlage jetzt hier. Bei den Bildern ist noch ganz schön, wenn man da drauf klickt. Die kann man hier nochmal über diese Advanced Editing Funktion nochmal etwas mehr anpassen. Kann man auch so Filter drüber legen. Irgendwie hier die Farbe noch ein bisschen anpassen. Seht das hier. Helligkeit, Kontrast und so weiter. Also wenn ihr da noch ein bisschen herumspielen wollt, da stehen euch natürlich weitere Wege offen. Ansonsten sind wir hier mit der quasi schon fertig und jetzt müssen wir das nur runterladen. Dann gehen wir hier auf Download und dann können wir uns hier, das ist auch sehr schön, aussuchen, als was wir das runterladen. Wir können das als Bilddatei runterladen, als JPEG oder PNG oder eben hier wieder auch als PDF-Datei. Also da habt ihr die freie Wahl, wie ihr das eben benötigt. Wie gesagt, das Ganze hier ist nicht sehr flexibel, weil wir immer sehr an die Zeichenbegrenzung und so weiter gebunden sind. Aber dafür haben wir hier ein paar schöne Vorlagen, die wir nutzen können und vielleicht langt euch das ja schon. Dann könnt ihr hier diesen Newspaper Generator sehr gut nutzen. Auf der gleichen Seite haben wir auch noch den Magazine Cover Maker. Hier geht es, wie der Titel schon verrät, um das Cover eines Magazins und nicht um einen Zeitungsartikel. Ansonsten funktioniert die ganze Geschichte hier allerdings wie dieser Newspaper Generator. Also wir haben hier auf der linken Seite verschiedene Vorlagen, die wir verwenden können. Wir gucken uns mal zwei, drei an. Dieses hier zum Beispiel oder dieses hier oder eben auch dieses hier. Und dann, je nach Vorlage, haben wir hier auf der rechten Seite wieder die Möglichkeit, die einzelnen Textelemente anzupassen. Auch in der Farbe zum Beispiel wieder. Und hier müsst ihr auch wieder ein bisschen auf die Zeichenbegrenzung achten. Hier oben können wir dann bei YourFoto noch ein eigenes Bild einfügen, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Das Schöne hier ist aber, dass wir da auch noch ein bisschen selbst designen können tatsächlich. Wir nehmen mal hier die erste Vorlage und da haben wir hier unten links zum Beispiel dieses grafische Element, dieses blaue Dreieck. Da können wir hier zum Beispiel die Farbe ändern, können das mal in so einem Grün vielleicht machen. Außerdem können wir hier auch unser eigenes Cover designen, indem wir eigene Formen nutzen. Die Formen, die hier drauf sind, zum Beispiel von diesem Dreieck, das könnten wir jetzt komplett löschen. Und hier bei diesem Button Add Frames or Shapes, da finden wir verschiedene Formen, die wir hier für das Cover hinzufügen können, dann auch einfärben können und an die richtige Stelle verschieben können. Und so können wir eben so ein bisschen, wenn auch mit sehr begrenzten Mitteln und so ein eigenes Cover zusammen designen. Außerdem haben wir hier noch die Möglichkeit solche Fotoprops hinzuzufügen. Ganz ehrlich, das sind so kleine Clippers, aber ich finde die nicht passend und auch nicht sehr schön, das muss ich gestehen. Aber schaut sie euch ruhig mal an, tobt euch ein bisschen aus und guckt was möglich ist. Natürlich gibt es da draußen viel bessere Tools mit viel mehr Möglichkeiten, um zum Beispiel Zeitungsartikel zu erstellen und mit einem Grafikbearbeitungsprogramm wie Photoshop können wir auch bestimmt viel bessere Breaking News Bilder basteln etc. etc. Aber es ging ja darum, dass wir möglichst schnell und einfach, ohne uns noch in irgendetwas einarbeiten zu müssen, etwas für das Rollenspiel basteln können und da sind glaube ich die vorgestellten Tools wirklich ganz nützlich. Ich wünsche euch jedenfalls mal wieder wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Macht's gut!